50.000 Euro für einen guten Zweck, 50 Clans machen mit, irgendwie aus ganz Europa. Wir waren die ganze Zeit mit Abstand erst da. Ich hatte keine Zeit zu pushen, wir sind von New York wiedergekommen, hatten den 48-Stunden-Stream und, 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 und. Ganz viel, ganz viel Stuff. Ich muss jetzt pushen, die Franzosen sind direkt hinter uns. Wir können 20.000 Euro gewinnen für einen guten Zweck, wo wir hinspenden wollen. Deswegen geben wir jetzt direkt Gas. Scheiße. Übel Stress, anderthalb Stunden nur Zeit. Ich wollte euch immer eigentlich ganz entspannt einen Abend mit meiner Freundin machen. Einmal schreiben mir alle, ey, die Franzosen sind direkt an unseren Fersen. Die haben gechillt bis zum Ende und haben dann nochmal irgendwie Vollgas gegeben. Du musst onkommen, du musst pushen. Ich würde sagen, wir zünden direkt einen... Ach, der geht noch vier Stunden. Entspannt, jetzt setzen wir direkt einen.